wenn ich jetzt ertrinkt er nicht jetzt er ist doch schon tot oh gott ich hab sechs herzen ja 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 nein nein hallo nein sag dich nein oh mein gott das wird niemals reichen oder doch ist nicht ha 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 aah der habe ich gespürt bis ins innere system ich glaube das klären wir jetzt ein für alle mal wie viel leben hast du acht herzen au wenn du mein kettiger warst du tötig aah angriff freddy junior angriff er ist tot sein es tut mir leid ich wollte es nicht du weißt schon dass das mir im chat angezeigt wird er hatte keinen nametag oh jetzt reicht jetzt reicht die kleine ba ja da fliege pfeile ja jetzt gehst du ab da rollen die schachtel eine frage eine frage ging es nicht mal schon mal ab und zwar genau hier an der gleichen stelle aber ich habe nicht mal meine op rüstung an die war folie ja ah ah ok wir reich stopp stopp ich nehme eine auszeit ok aber gg war ein gutes battle streich ich es tut so weh sein ins gesicht zu gucken kommen sie aus meinem haus raus das sind und das du bist du bist aggressiv glaube ich du bist du 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 Bist du wem? Ich seh dich gar nicht. Nick, wo bist du? Ich bin weg. Ey, Junge, willst du mich umbringen? Du, dein scheiß Rückstoßschwert. Junge, das ist gruselig, wenn du immer wieder durch das Tor gehst. Der kriegst jetzt vor. Junge, der ist so... Junge. Jetzt mach ich dich einfach auf deine scheiß Presse. Hallo, ich hab 8 Herzen. Hauf, hau, hau. Hauf, hau. Wir sehen uns gleich wieder. Gucken wir mal die Sachen aufhören. Da hat jemand seit Füllensortag glaub ich krass gemacht. Hauf, hau, hau. Helf, hau. Helf, hau. Helf, hau. Helf. Komm gleich, Nick. Keine Sorge, du kannst dich gleich vorbereiten. Ich bin gleich jetzt schon da. Wo du musst, die Operatoren sind? Ah, hier ist sie. Helf, hau. Helf, hau. Helf, hau. Verschone mein Leben. Und jetzt Krieg. Jetzt kriegst du den scheiß Krieg. Helf, hau. Ich baue hier schön mein Haus und dann kommst du direkt in die Seite. So, dann suchen wir nochmal. Nick. Oh. Ist du? Bin ich da. Ah, was ist das? Häh? Ich bin schon gespunzen. Oh, da ist ja wohl so ein Netter. Du wirst mich niemals finden. Nichtmals. Ich war noch nie so verzweifelt. Ich werde dich finden. Doch, ich finde dich. Nein. Doch, ich komm jetzt in den Dünner. Nein. Du wirst mich nicht finden. Doch, ich komm jetzt in den Dünner. Ich bereue meine Taten. Oh Gott. Meine Söhne. Ja, ja, ja. Ich sehe den Namen nicht. Das macht's nicht gut. Gamer. 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 Boah. 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 Ja. Was ist? Der Angst. Warum? Seidig. Blöd. Schon wieder. Ah, ja, ja. Was hast du gemacht? Ich hab ihn vielleicht das Dojo mit drei Schwertschlägen runtergehauen. Kurz atmen. Kurz atmen. Ja. Wir müssen die anderen. Ja. Ich bin... zuzahlen ist oder so nicht in der Nähe das weit weit weg weil er noch nicht realisiert hat euch aus dem Leer da raus bin hihihi hihihi feelings er bewegt sich ja ich muss ja schnell weg aus dem Radius tschüss oh na hier komm mit wir gehen da ich kann hier nicht bleiben ja nicht schwarz können wir hier wohnen ja können wir müssen neues Leben aufbauen vergiss alles was die letzten Monate passiert ist okay wir müssen neu anfangen hihihi ich empfiehlt er weiter zu laufen sagen ja er bewegt sich Gamer tschüss bring mir was mit ich hab nichts bring mir was mit hihihi zu leid ich komm mir nicht hoch nimm den wie Süßbären und hau einfach ab nein ich hab kein Essen ich komm zu dir ich komm zu dir was hast du dabei süßbären hihihi ich bin Fun One hihihi 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 dann tschau tschüss tschüss hihihi hihihi guck mehr hihihi hihihi waa 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 wie soll ich das überleben wie soll ich das überleben schönes Bild wo ist mein Wasser wo ist mein Wasser ich hab doch jetzt für so einen Scheiß keine Zeit hihihi 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 Er wird dich verschlingen. Er hat im Türmen müssen. Er hat den Eingang gefunden, wo du rangegangen bist. Ja gut, ich habe ihm geholfen, aber egal. Es geht um mein Leben gerade. Hast du keine Karte? Keine ganz große oder wie? Wollt ihr mich gerade verarschen? Was? Kurz mal eine 9er-Karte, die er erst mitnimmt. Du bist irgendwann auch wieder hoch. Nein, nein, ich habe richtig viel gefahren. Das glaubst du mir nicht. Hast du Erde? Nee. Okay, denn sonst hättest du auch unten überleben können, aber wenn du keine Erde hast, kannst du sie nicht anpflanzen. Heißt soviel, dass du unten mal nach der Zeit auch nach oben. Nein, ey. Nein, nein. Ich geh dich da oben. Du musst. Du hast vergessen. Du warst auch ein Psycho-Board. Geh mal. Ich töd dich gleich. Du willst wirklich diesen kleinen Goblin umbringen? Ich bin einfach eine Wurz. Er ist doch süß. Seilin, bis der bekommt, ab... Geht's hier zurück, Kelber? Geht's hier zurück? Warum? Geht's hier zurück, sag jetzt! Kelber? Mach doch nichts. Wo geht's? Nach Hause? Ach so, ach so, sag du gleich. Rechts. Wie rechts? Ja. Ja. Ich kann nicht rennen! Oh Gott, der ist hier einer. Nein, ist er nicht? Keiner. Doch, keine Ahnung, wie ich so geschüttelt bin. Dahil. Oh Gott, wie schnell ist der? Ja, siehst du? Oh mein Gott. Geht's hier einfach runter. Der macht Speedrun. Digga, was macht der? Der hat einen Stack Enderperlen dabei. Der hat eine Nitra schon wegen dir. Der fliegt einfach gerade. Der schmeißt gleich so Raketen von der Luft auf mich. Oh mein Gott. Willst du denn jetzt nicht bei mir Essen holen? Wenn mir schon bei mir so... Wo bist du? Warte! Hol mir wieder Essen! Okay, komm zurück zu mir! Komm her, komm her, komm her! Gib mir Essen! Ja, ich muss Essen holen! Hol doch! Ja! Wir sind im Lager. Wait. Ich bin gleich fertig. So. Bleib hier ganz kurz. Ich... Nein, 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 das kannst du vergessen! Ich auch! Ich geh sowas von! Ich hab hier Essen! Bleib doch! Frische Äpfel! Wo ist hier weg? Wo ist hier weg? Wo ist hier weg? Wo bist du hin? Ich bin weg! Ach, du bist wieder im Nether. Bist du immer noch beim Portal? Lass mich! Ich kann dir die Läufe geben. Nein! Durch das Portal! Lass mich auf dem, was sie nicht außergewöhnelt! Da bin ich da. Oh nein, da bin ich bei mir. Da bin ich hier.